Ja, hallo! Heute ist der 2. März und heute haben wir ein besonderes Geburtstagskind, die liebe Nina. Und damit sie ihre Challenge erfüllen kann, werde ich gleich noch was dazu sagen, aber vor ein Ständchen. Liebe Nina, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag viel Glück, zum Geburtstag liebe Nina, zum Geburtstag viel Glück. So, jetzt der hauptsächliche Teil deiner Challenge. Mein Name ist Michael Edel von der Dinkelacker Brauerei und ich sage den Spruch, Macht der Winter sich vom Acker, begrüßt den Frühling mit einem Dinkelacker. Liebe Nina, somit begrüßen wir den Frühling miteinander und ich wünsche dir, bleib gesund und hoffentlich schaffst du deine Challenge, aber da habe ich kein Zweifel drin. Zum Wohl! Ciao, ciao!